Applaus 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 Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. Applaus Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Demonstrationen, welche die Polizei erlaubt, sollten von ihren Veranstaltern verboten werden. Applaus 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 Dieses habe ich selbst gesehen. Applaus 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 Bild ist Bild ist Bild ist gut. Das hat böse enden. Das hat ganz böse enden. Mein Freund der Baum ist tot. Wer war denn das? Ach ne Schulfreundin von mir. Erst Lenore spült die Wäsche so wie es deine Familie mag. Weich und weiß zugleich. Wer war denn das? Ach ne Schulfreundin von mir. Applaus Applaus Bist so hässlich. Markus kommst du? Geh gleich los. Applaus 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 Ja, schönen guten Abend. Grebe mein Name. Ich wollte bevor es los geht noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist das jetzt länger her. Das war vor 20 Jahren. Das war 1989 um genau zu sein. Silvester 89. Da war ich 18. 18 war ich da. Das ist lange her. Und da wollte ich ausreisen von zu Hause. Ich hatte Probleme halt zu Hause mit meinen Eltern. Das war so. Das wurde auch immer schlimmer. Und das war irgendwann unerträglich. Vor allem mit meinem Vater. Das war das Schlimmste eigentlich. Der war so, das darf man eigentlich in der Öffentlichkeit keinem sagen. Der war so nett. Unerträglich fand ich das. Der war ja kein ekliger Alt-68er. Mein Vater. Der war ja noch älter. Der war ja richtig alt. Damals schon. Der war ja immer schon sehr alt gewesen. Der war Jahrgang 35. Wir wollen heute genau sein. Jahrgang 35 ist der. Also noch davor. Also noch Krieg. Also noch davor. Und das ging nicht. Zu Hause. Und da wollte ich ausreisen. Ich wollte weg. Und der Plan. Es war ja eine sehr bewegte Zeit damals. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Die Mauer fiel. Und ich habe das auch im Fernsehen gesehen. Und da wollte ich hin. Und der Plan war damals. Trampen nach Berlin. Silvester 89. Ich wollte tanzen auf der Mauer. Das war der Plan. So. Und dann habe ich mir dann so eine Pappe ausgeschnitten. Und dann habe ich mit schwarzem Edding drauf gemalt. Berlin. Mit Ä. Gib's zu. Dann wird man vielleicht leichter mitgenommen. So. Dachte ich. Und dann bin ich dann morgens losgelaufen. Morgens um sechs. In der Früh an die Autobahnausfahrt Köln West. Da komme ich her. Köln West. So. Und es war morgens um sechs. Es war Wochenende. Und es kam überhaupt keiner. Erstmal. Es war total leer. Da stand ich da mit meinem Schild. So. Und es war schweinekalt. Es war richtig. Es war bitterkalt. Es war minus 14, minus 20 Grad oder so. Die Jüngeren wissen ja gar nicht mehr, was für kalte Winter wir damals hatten. Das waren ja noch richtig. Ne. Das waren ja noch Winter. Das waren ja noch richtig Winter damals. Es war richtig kalt. Richtig kalt. Und ich stand da glaube ich so drei Stunden an dieser Autobahnauffahrt. Und ich war festgefroren. Und ich dachte. Durchhalten jetzt. Dranbleiben. Das ist halt nicht so einfach. Und irgendwie nach drei Stunden oder so. Da kam dann endlich einer. Da kam einer. Man sah hinten war so ein schwarzer Punkt. Der kam näher. Da kam einer. Und das war mein Vater. Sorry. Genau. Und das Ding war. Der kam mit dem Fahrrad an die Autobahnauffahrt gefahren. Ich weiß es. Ich dachte. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Er kam mit dem Fahrrad. Und sonst war keiner da. Es waren nur wir zwei da. Und richtig. Er kam. Und es dampfte schon so bedrohlich. Von weitem. Der hatte so eine Russenmütze auf. Mit so Ohren schonern. Weiß ich noch. Und da kam er so angefahren. Richtig Showdown an der Autobahnauffahrt. Und sagte so. Irgendwann war er da. Ist abgestiegen. Dann standen wir voreinander. Richtig hasserfüllt. Es war richtig Feindschaft. Und beide dampften so. Und ich habe ihm dann so das Schild vorgehalten. Hier so. Berlin hier. Berlin. Da. Ja. So. Und irgendwann sagte er dann zu mir. Aber Junge. Wir geben dir doch das Geld. Kauf dir doch eine Fahrkarte. Ja. So war es bei mir. Das wollte ich kurz erzählen bevor es losgeht. Und dann hat er folgendes gemacht. Dann hat er seine E-Gitarre ausgepackt und mir folgendes Lied vorgesungen. Liebe Kinder, es gab ein Jahr, das eine Katastrophe war. 1908. Ja. 1968. Und da war keiner krank. Und da war keiner krank. Gott sei Dank die 68er sind an allem schuld. Bei Problemen ging man nicht zum Terrain. Singel-Partys gab's noch keine. Die SPD hatte noch Ortsvereine. Die Ehe hielt bis zur Beerdigung und nicht bis zur Selbstverwirklichung. Die 68er sind an allem schuld. Bei Problemen ging man nicht zum Therapeuten. Bei Problemen ging man nicht zum Therapeuten. Man ging in die Kirche oder gleich in die Kneipe. Was ist Yoga, Ying und Yang und der ganze Dreck? Gegen ein Halleluja und ein Herrengedeck. Die 68er sind an allem schuld. Wir hatten Wohlstand für alle. Das Fließband rollte. Arbeit für jeden, der arbeiten wollte. Und Arbeit hatte Vati. Mutti blieb zu Haus. In der Schule ging Gewalt noch vom Lehrer aus. 1968, 1968, 1968, 1968. Und da machen die da Revolution. Jetzt machen die da Revolution. Bei Vollbeschäftigung. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich werd's auch nie verstehen. So gut wie damals. Wird's uns nie wieder gehen. Ja gut, alle waren Nazis. Das war normal. Onkel Otto war Nazi und die Hildegard. Das waren normale Leute mit normaler Frisur. Und keine ostdeutsche Jugendkultur. Die 68er sind schuld. Und dann kamen diese Langhaar-Prolos. Und spielten ewige Gitarren-Solos. Liebe Kinder, Revolutionen sind schlechte Partys von Wachstumshormonen. 1968, 1968, 1968, 1968. Und dann machen die da Revolution. Bei Vollbeschäftigung. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Da steht der neue VW. Ich versteh's nicht. Der Kühlschrank ist von AEG. von AEG. Geh doch nach drüben. Wenn's dir hier nicht gefällt. Lasst deine Haare flattern. Für eine bessere Welt. Dankeschön! So, più in extended. Komm, noch mal und! Setz dich in die Zeitmaschine und fahr'n Setz dich in die Zeitmaschine und fahr'n Wo steigen wir denn aus, in welchem Jahr? Scheißegal, Guido Knopf war immer vor dir da Heiner Lauterbach singt gerade mit der Gusslauf Heiner Lauterbach rennt durch das brennende Dresden Ja, der Heiner ist ja auch überall dabei gewesen Ich bin so geil auf Geschichte Heiner Lauterbach gebringt I got a burning desire for Roushi Obermaier I got a burning desire and it's burning in my eier Setz dich in die Zeitmaschine und fahr'n Ach guck mal, Gérard, der Pardieu entdeckt gerade Amerika Armer Gérard, der denkt, das ist Indien, armer Gérard Aber war schon ein Teufelskerl, dieser Kolumbus, dieser fette Franzose Und ich sitz hier rum und lasse Rabioli aus der Dose Break, früher war alles besser Ein Tankwart stand an jeder Tanke, Millionen Hausfrauen schrien ab Backblech Danke, Dr. Edgar, danke, danke, setz dich in die Zaltmaschine und fahr Ach guck mal, da ist ja auch Elisabeth Cleopatra Taylor Und Käpt'n Ahab sagt zu Gregory Peck Junge, ich war auch auf der Schauspielschule, ich werfe jetzt mein Holzfeind weg Früher gab's noch richtige Originale Früher gab's noch Menschen mit Ecken und Kanten Break Früher gab's auch noch Inzestdörfer Früher gab's auch noch Inzestdörfer Was war die gute alte Zeit? Hasenscharten im Trachtenklein Ich bin so geil auf Geschichte Und die Titanic muss immer wieder sinken Und der Eisberg muss immer wieder im Weg rumstehen Ja, ja, jetzt kommt der König der Welt Ich spule immer vor, weil der DiCaprio mir gar nicht gefällt Break Die Geschichte ist eine Geschichte der Sieger Geschichte ist eine Geschichte der Sieger Geschichte ist eine Geschichte der Sieger Sag das mal wohl zum Semmelzahntiger Achtung, Achtung Hier spricht der Kapitän der Wille in Gustloff Männer, wir erleben gerade einen historischen Moment Wir sinken Und mit dem zweiten sinkt man besser Achtung, Achtung Hier spricht Jesus Christus Glauben Sie nicht das, was Ben Becker über mich erzählt Glauben Sie nur meiner neuen DVD Und Sie werden sehen, meine Stunts mache ich alle selber Fragen Sie Mel Gibson So Ich schaue mir gerne Demos im Fernsehen an Ho, ho, Holschi Min Ho, ho, Holschi Min Unter Detaillaren Muff von tausend Jahren Trau keinem über dreißig Trau keinem über dreißig Alles, was zu dumm ist, gesprochen zu werden Wird gesungen Ein Penis ist ein Skinhead mit Rollkrattenpullover NPD Ohne Verfassungsschutz Werd ihr nur zu dritt Hey Leonardo DiCaprio Wir wollen dich ertrinken sehen Ertrinken sehen Ertrinken sehen Aus Ich brauch das manchmal, Entschuldigung Lange kann ich das nicht mehr machen, glaube ich Ich bin schon fix und alle Ich weiß gar nicht, war doch früher nicht so Ich hab Wir hatten gestern Grappa-Verkostung Ich hab irgendwie War doch früher kein Problem Ja, bevor es losgeht Wollte ich kurz noch die Logistik klären Und zwar Wenn Sie mal schauen mögen Wir haben hier Einen Rauchertisch eingerichtet Das ist ein Service unsererseits Der immer sehr gerne angenommen wird Weil Wir haben da eine kleine Gesetzeslücke entdeckt Das Rauchen ist ja Gottlob verboten worden In öffentlichen Gebäuden Bald auch in privaten Das kommt aber auf der Bühne Ist Rauchen noch erlaubt Weil auf der Bühne ist Rauchen keine Gesundheitsschädigung Sondern Kunst Wenn ich auf der Bühne rauche Dann rauche ich da nicht Sondern ich spiele, dass ich rauche Das ist die Gesetzeslücke Das heißt Wer also eine rauchen möchte Während der Vorstellung Kann das gerne tun Der Der kommt ganz unauffällig Ganz unauffällig Schleicht er sich hier ran Setzt sich hier hin Ganz unauffällig Und zieht eine durch Und geht wieder Ganz unauffällig Und er wird nicht ins Spiel mit eingebunden Das machen wir nicht Das machen wir nicht Nein Gut, ich habe es gesagt Es ist eröffnet Wer möchte kann Bitte Das ist unsere Einladung Gut, ich habe es gesagt Jetzt möchte ich noch kurz Die Bedienung des heutigen Abends vorstellen Und zwar haben wir da auf der einen Seite Am Schlagzeug Aus der Hansestadt Rostock Für Sie Martin Brauer Bitte schön Jahrgang 71 1971 Ein Späßer Ja, ich bin auch Jahrgang 71 Wir beide sind alt 71 Und dann haben wir hier Auf meiner rechten Seite An der Gitarre aus Ost-Berlin Markus Baumgart Für Sie Bitte schön Du warst Jahrgang Was bist du? 43 Bist du Wir wollen genau sein Jahrgang 65 Bist du Du bist 43 Jahrgang 65 Ein Rocker Ein Haschrebell Markus Baumgart Hat sich heute früh An einem Blumentopf verhoben Er rockt heute mit ABC-Pflaster Aber er rockt Du rockst heute Ja? Das geht Okay Gut, dann Achso, wie konnte ich das vergessen Wir schleppen ja noch einen mit Auch wenn es schwer fällt Bitte einen Anstandsapplaus Für unseren Tontechniker Da vorne sitzt der Franz Jakob Schumacher Da vorne Er ist tatsächlich da Herr Schumacher Sie sind doch da Ja Welcher Jahrgang Herr Schumacher 69 Ach Knapp vorbei Herr Schumacher Wie immer Ich sag's ja So Gut Wir sehen Wir haben mit der ganzen Sache Nichts zu tun Wir haben nichts erlebt Wir waren nicht dabei Gut Kommen wir jetzt zu den Zugaben Und zwar würden wir gerne Glück auf Der Steiger kommt Mit allen jetzt im Ah nee Du hast die Zeit ja erlebt Markus Du warst ja dabei Du hast es ja erlebt Erzähl doch mal Wie war das denn für dich 1968 in Ost-Berlin Erzähl uns doch mal Markus Zeitzeuge Was hast du getan? Wie hast du dich gefühlt? Und warum hast du es nicht verhindert? Sag doch einfach mal Markus Spreche er doch zu uns Rede er doch Zeitzeuge Da ist das Forum Bitte schön Sage er doch was Das ist ganz schwer mit dem Der sagt nie was Er verweigert sich Der Zeitzeuge Versuchen wir es mal anders Erlauben Sie eine letzte Frage Herr Baumgart Stichwort Konsumkritik Die Konsumkritik War ja einer der wesentlichsten Pfeiler Des studentischen Protests Zur damaligen Zeit Ich sage nur Bader, Ensslin, Söhnlein Die haben ja ein Kaufhaus angezündet In Frankfurt Am Main Burn Warehouse Burn Um darauf aufmerksam zu machen Dass übermäßiger Konsum Das kritische Bewusstsein vernebelt Erlauben Sie, dass ich kurz lache Herr Baumgart Wie war das denn nun im Osten Mit der Konsumkritik Herr Baumgart Sie hatten ja doch recht wenig Zu knabbern dort Nicht wahr? Wie war das denn nun? Wie habe ich mir das vorzustellen? Haben Sie Ihrer Mutter gesagt Mutti, Mutti Trink nicht so viel Rosenthaler Kadarka Trink nicht so viel Goldbrand Das vernebelt dein kritisches Bewusstsein Das du doch mal hattest Bevor der Brand dich zerfraß Wie war es denn nun? Haben Sie sich beim Konsum Hinten in die Schlange eingereiht Und wenn Sie dann nach zwei Stunden Endlich vorne dran waren Haben Sie gesagt Nein, Genosse Verkäufer Nein Ich möchte Ihren Muckefuck Nicht kaufen Wie war es denn nun? Ihre Ronde de Melange Ich verzichte Wie war es denn nun? Wir wissen einfach nichts Es ist ganz schwer Ich weiß auch wenig Ich weiß nur Die Geburtsstunde der Dialektik Soll sich folgendermaßen zugetragen haben Es war glaube ich Der große Theodor Wiesengrund Adorno Der einmal sagte Die meisten Unfälle Passieren im Haushalt Und Horkheimer erwiderte Die meisten Haushalte Passieren durch Unfälle Mehr weiß ich auch nicht Und das ist das Problem Wir wissen einfach zu wenig Es ist so Ich weiß nur das Was alle wissen Und zwar Dass die 68er Unser Leben schöner gemacht haben Bunter Vielfältiger Toleranter Weltoffener Grüner Einfach besser Und Dass sie den Pangasius Auf die deutschen Teller Gezaubert haben Jenen Welsfisch Aus dem Mekong-Delta Der heutzutage In keinem Biomarkt Im Prenzlauer Berg Fehlen darf Der Prenzlauer Berg Ist vielleicht nicht bekannt Das ist ein Stadtteil in Berlin Der eine ganz eigene Soziokultur Hervorgebracht hat Den sogenannten Bionade Biedermeier Das ist nicht von mir Das schwappt jetzt auch überall hin Das ist ein Fachterminus Und wie man sich das genau vorzustellen hat Dazu vielleicht ein Volkslied Aus dem neuen Berlin Abendbrot im Prenzlauer Berg Vive la Bourgeoisie Der Thomas und die Heike Der kleine Philipp Und die kleine Leonie Bling, 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 bling Zu Tisch Witt, witt Es gibt Pangasius-Filet Und Bio-Pomphrit Bling, 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 bling Zu Tisch Witt, witt Wie heißt es doch so schön Das Auge ist ja mit Bling, 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 bling Zu Tisch Witt, witt Patsche, patsche Händchen Guten Appetit Leonie Wie war's beim Cello Toll, Papa Leonie Wie war's beim Voltigieren Toll, Papa Philipp Wie war's beim Kinder-Yoga Philipp Wie war's beim Kinder-Yoga Philipp Dein Pangasius wird kalt Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will Also sprach in ernstem Ton Der Papa zu seinem Sohn Rums Philipp Was machst du da? Ist jetzt bitte Schluss? Du darfst doch alles Du darfst schwul sein Sehr gern sogar Aber ist jetzt deinen Pangasius Aus Ich hab's selbst erlebt Sonst würde ich mich singen So Und jetzt rock mich Rock mich, baby Rock mich Seit ich nicht mehr rauche Duften meine Kleider Seit ich nicht mehr rauche Duftet mein VW Seit ich nicht mehr rauche Duften die Gardinen Es duften die Möhrchen Es duftet das Filet Seit ich nicht mehr rauche Kann ich wieder atmen Ich erwache jeden Morgen Und mach den Sonnengruß Ich war auch schon im Schwimmbad Ich kann viel länger tauchen Ich entdecke mich grad neu Ich hab irrsinnig viel Lust Seit ich nicht mehr rauche Hab ich viel mehr Power Ich stehe früher auf Mein Kopf ist nicht mehr schwer Arbeit ohne Pause Dann komme ich nach Hause Und bleib auch da Und bleib auch da Denn ich trinke ja nicht mehr Seit ich nicht mehr rauche Klappt's wieder im Bett Ich kann achtmal hintereinander Wie ein junger Storch Und bei Liebeskummer Geh ich in die Kneipe Trinke eine Cola Und atme ganz tief durch Juhu, juhu, jubi, du Juhu, juhu, jubi, du Alle Menschen werden hundert Und auch die Tiere leben gern In der Gesundheitsdiktatur In der Prärie steht ein einsames Pferd Da steht ein einsames Pferd Der Mal, wo man hart aufgehört Der Mal, wo man hart aufgehört Seid ich nicht mehr rauche Bin ich nicht mehr süchtig Und ich war so süchtig Nach so vielem und so sehr Ich mache jetzt starb Rutsprung Und laufe Marathon Ich weiß jetzt, was ich will Viel Chlorophyll Ich höre nur Musik von Menschen Die nicht rauchen Und siehe da, mein Plattenschrank ist leer Ich lese nur noch Bücher von Menschen Die nicht rauchen Eigentlich nur Kafka, denn der hatte TBC Juhu, juhu, jubi, du Juhu, juhu, jubi, du Alle Menschen werden hundert Und auch die Tiere leben gern In der Gesundheitsdiktatur In der Prärie steht ein einsames Pferd Der Mal, wo man hart aufgehört Der Mal, wo man hart aufgehört Der Mal, wo man hart aufgehört Weißt du Martin, was ich dir sagen muss Ich finde das das schlechteste Lied am ganzen Abend Gerade das Ich muss es deshalb sagen Weil es das einzige Lied, was er geschrieben hat Ich muss es einfach sagen Darf ich mich kurz mal aufregen Ich glaube, es ist langsam an der Zeit Wir waren drei Wochen im Proberaum Um dieses Programm zusammenzuschustern Und haben gesagt, jeder darf mal Keine Hierarchien, Rotation Das finde ich auch in Ordnung Dass du Oma darfst Da musst du dir aber auch Kritik gefallen lassen Das ist doch überhaupt nicht dein Thema Dieser Stoff Das merke ich doch sofort Ich bin ein alter Hase im Showgeschäft Das ist einfach so Dein Herz muss auch sprechen Darf ich mich kurz mal aufregen Achten Sie bitte nicht auf billige Effekte Jetzt rede ich Das sind Mätzchen, was wir hier machen Das sind wirklich Mätzchen Mätzchen Hasen rauchen Das sind Mätzchen, Martin Das sind Mätzchen Weißt du? So Achtung All eyes on me All eyes on me Bitte Ist doch billig Weißt du? Darf ich mich kurz mal Hörst du mir überhaupt zu? Was? Pass mal auf Pass mal auf, Martin Jetzt hör mir mal zu Weißt du? So Folgendes Folgendes Ich trete mich jetzt kurz mal auf Ich glaube, darf ich jetzt Ja? Bitte So Damals Das waren keine Schwachmaten damals Wie wir jetzt hier Die waren laut Die haben Bambule gemacht Die 68er Die haben gerotzt hier Die haben was gerissen Die haben Krieg geführt Wahrscheinlich aus Neid Weil sie gesagt haben Unsere Eltern hatten den Zweiten Weltkrieg All eyes on me Hatten den Zweiten Weltkrieg Da wollen wir auch einen haben Und den haben sie gehabt Wir machen Mätzchen Mätzchen Die Anlässe damals waren total publich Es war total publich Total Verglichen mit heute 1967 gab es vielleicht 30 Arbeitslose Da musste man sich schon sehr schlau anstellen Um damals arbeitslos zu sein Und 1968 gab es dann plötzlich 80 Arbeitslose Und der große Rudi Dutsch getrötet rum Das System ist am Ende Der Kapitalismus hat abgewirtschaftet 80 Arbeitslose Es ist vorbei Und dann haben sie alle gesagt Wir werden überwacht Wir werden überwacht Der Schweinestaat überwacht uns Das Schweinesystem Der gläserne Bürger Bei der